Grüezi miteinander. Es freut mich, Sie in der Gemeinde Berlmeister zu begrüssen. Im folgenden Video haben Sie ein paar Impressionen aus unserer Gemeinde und was es bei uns alles gibt. Schön, dass Sie sich für unsere Gemeinde interessieren. Vielen Dank. Schätzte Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich begrüssen hier im KKLB, Kunst und Kultur im Landessender Berlmünster. Es ist ein Projekt, das uns offensichtlich gut gelungen ist. Wir sind jetzt seit drei Jahren dran und haben international schon bereits eine sehr grosse Ausstrahlung. Wir machen mit 16 Leuten in 10 verschiedenen Sprachen jeden Tag hier Vermittlungen. Es kommen Gruppen, natürlich von der Fachwelt der Kunst sehr viele, aber auch Gruppen in der ganzen Breite. Bei uns kann man allerlei veranstalten. Wir haben schon Hochzeuge, wir haben schon eine Abtankung gehabt, wir haben schon allerlei verschiedene Geburtstagsfeste oder irgendetwas. Und natürlich sehr viele Firmen, die zu uns arbeiten können. Unsere Kunst ist zugänglich durch Vermittlung. Wir haben international bekannte und wenige bekannte Künstler, die wir zeigen. Wir bringen immer wieder neue Werke von diesen Projekten, die ganz speziell hier produziert werden. Das ist auch eine Spezialität für uns. Und daneben schaffen wir eigentlich alles mit Einbeziehung der ganzen Umgebung, das Gesamtkunstwerk zu schaffen. Die Bilder, die Sie gesehen haben, sind auch ein Ausschnitt von der Gemeinde Bäromeister. Sie zeigen das Leben in der Gemeinde Bäromeister. Sie zeigen unser grosses kulturelles Angebot und was wir sonst noch zu bieten haben. Es gibt aber noch viel mehr zu entdecken, kommen Sie doch vorbei und lassen Sie sich begeistern von unserer Gemeinde.